Nein! Oder Rewe, hast du getrapt? Nee, oder? Was? Nee. Das ist unglaublich. Was ist daran so schwer? BAM! Level 100! So, alles klar. Ist da irgendwie. Alles klar. Ich hab gedacht, ohne Trap. Ja, ist auch ohne Trap. Ist es ja auch. Steigst und du ist ja WC da einmal getrappt und noch einer Trap von denen, dann kann ich nicht helfen. Dann tut's mir leid. Komm Rewe, du machst das. Wir glauben wir nicht. Olic, spielst du noch mit? Ich hab nicht so viel Druck. Warum bist du da? Ja, ich bin da. Okay, spielst du noch mit? Nö, ich bin raus. Achso, okay. Tolle. Oh, das war ein Fehler. Ja. Ja. Schon ein bisschen. Ja. Ich hab nicht gesehen, dass er diese Wand. Ja, weiß. Richtig. Richtig Reiser. Absolut. Du darfst rein. Ja, klar. Du darfst rein. Warte mal, hab ich auf... Na, privat hab ich. Warte. Äh. Jetzt. Kannst du rein. Ich bekomme mal eine grüne Taka. Falls einer getrapt wird, gib bitte Bescheid im Chat. Und auch... Und auch noch von wem, okay? Wow. What the fuck? Viel Spell. Hast du die grüne Taka? Oh, da hat jemand getrapt. Wer denn? Wer wen? Äh... Dieser rosa Skin wieder. Aber... Er hat niemanden getroffen, aber er wollte trappen. Miss Ayumi, danke für dein Follower. Danke schön. Ich rasse dich. Ich rasse dich. Ich rasse dich auch. Schade, schade, schade. Ich rasse dich. Ich rasse dich. Ich rasse dich. Ich rasse dich. Wie viele sind wir denn eigentlich gerade? Ich rasse dich. Und...